Musik Wie ist das für Bild? Ein bisschen heller. So, sieht mal gerade aus. Hier kannst du 50, 60 fahren. Ey, ich fahre über 30. Ey, yo, Kurt! Alles klar über was? Das ist doch fies, Mann! Hallo! Sie mich bin nicht in Deutschland, oder? Nein! Nee, Deutschland. Ich dachte, wir sind in der Schweiz. Scheiße, okay. Vorhin hat sie mich schon geschneit bei uns auf der Terrasse. Oh, Uwe kann nämlich mit. Du musst ja hören, gemäß nicht. In die Asche rein. Ja, weißt du, mit dem Teller. Ja, damit die Asche... War das nicht ernst? Ach ja, fang! Hier ist krass hinter uns eine Auto. Kannst du kugeln, ist eine... Keine Ahnung... Ein Lufo oder so. Hallo, krass! Alles gut, oder was? Yo, easy! Ich weiß, dass hinter uns einer gibt es, ne? So, hier sehen wir jetzt Bauer-Cross. Bauer-Cross! Bauer-Cross! Cool, Alter! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Oh, hier kann man mich krass am Spiegel sehen. Hallo, ich bin dich in Deutschland. Weißt du, was ich mache? Ich mache mir jetzt krass. Wo ist das? Ein Käfer? Ein Käfer! Guck mal, krass Käfer! Ah, das fliegt ja! Ich lebe zu kurz. Ich mache mir jetzt krass. Oh, ich filme noch. Ich mache Scheiße. Geradeaus! Ey, wenn die Bunnen uns jetzt anhalten und das Bier sehen, sehen wir voll im Arsch. Oh, jetzt langsam ist mir kalt. Guck mal, wie der da sitzt, ey. Hier kann man den Hinterkopf und einmal das Ohr von innen. Lecker. Jetzt sehen wir, es ist eine Bunny-Anhänger hier vorne. Bunny-Anhänger? Ja, Playboy. Boah! Oh! Okay, da hinten, ganz hinten. Dann gucken wir dann nach links. Nach diesem Holzhäusel, auf der linken Seite, geht eine Straße links rein. Dann müssen wir rein. Ui, hier wird es frisch. Also hier links dann. Ja, genau. What's your flavour? Tell me what's your flavour. Mutchi for what? Das ist Danny Fernandes. Wann? Da kommen die Kühe raus. Muuu. Ey, wohnt ihr hier wohl im Mauerlauf hier? Nein, die Mutter wohnt hier. Wir müssen links holen. Die Mami wohnt hier. Da hin? Ja, jetzt rechts rum. Ey, Muschi! Sei mal Moin! Wer ist dicker? So, das ist der. Weiter, 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 weiter. Ist das Daniel? Jo, Daniel steht krass auf der Straße. Das kenne ich nicht, ja. Warum stehst du denn hier? Ich hab wohl rausgeschmissen. Nein, warum stehst du hier? Ich hab mich rausgeschmissen. Warum? Ey, hinter dir kommt krass ein Auto. Krass Auto. Kommt der vorbei? Ich mach mal Platz hier. Du bist du nett. Ist das das Haus von dir? Nein, wir müssen auch weiter fahren eigentlich. Warum wartest du jetzt hier? Ich bin gepisst da. Ach so, verstehe. Du kannst ihn schon umdrehen. Ich dreh um. So, Muni hat jetzt zu den Moslems gewechselt. Nein, das ist nur saukalt, wenn wir Kapio fahren und es so kalt ist. Also so windig. Nee, schön warm. Nee, tagsüber vielleicht. Nein, mach mal Bodenheißung ab. Ich hab bling bling. Ja, wir haben aber du nicht. Oh, das passt nicht. Nein! Oh, okay. Oh, ich glaube hier wurde ein Huhn gekillt. Guck mal, der kommt aus der HXL. Hamburg. Ja, XL. Hansa statt Hamburg. Mein schönes Auto. Ja! Schnauze! Du kommst nicht hoch. Ah! Huh! Hier ist eine Kurve. Nein! Jetzt. Die line rein. Hier stinkts! Hier stinkts! Hier stinkts! In der L suffers. Das ist besser. Mach das mit der Schwester! Als du mit seiner Schwester? Ja, ja. Genau, hör auf zu körken! Oh, mein Arscheck ist 1-3. Guck mal, sie sagt immer fahrt nicht schlank, Linie, nicht lasse das. Er fährt so. Ich hab's ganz geschnallt. Oh! Unmessi, Alter! Wer kommt sonst ab? Boise! Oh, wir stehen einfach rein. Oh, gleich kommt die ganze Fliegen in mein Gesicht. Auf die, auf die. Ich hab's ganz geschnallt. Ich hab's ganz geschnallt. Ich hab's ganz geteigt. Ich hab's gar nie das, ich hab's gar nicht geschnallt. Ich hab's gar nicht geschnallt. Das ist mich, Nichtschall!